Daewa Damshi Hakrapi Shaiyukwanyaka Erbaue dein Dorf Dein Dorf ist ein Zufluchtsort für Venyan Verbessere Hütten um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten Suche Hütten Rohstoffe überall in Oros Drücke die Taste und durchstöbere die Dorf- und Taschen-Menüs Für weitere Informationen Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast Kehre in dein Dorf Zurück und suche nach Hütten Die sich verbessern lassen können Müssen Danke Mahlzeit So So ich Warte Kurz Gleich schließlich Tensa ist Hütte Perfügbar zum 0 von 2 Belungen für Upgrade Adlerhol 27 von 2 Schiffer 8 von 2 Schill ist 70 von Ja das ist Hammer alles So Befeiert 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 String People Wohnte Insel Haus So Was haben wir hier noch So Für das nächste brauchen wir 38 Adlerholz 15 Schiffer Ein Schilf noch Löwenfell noch eins Und dann Bevölkerung noch 30 Alles klar Die Römer als Flüchtlinge Äh Ne Spaß So Reden Reden Warte Jetzt mal guck ich was geschrieben worden ist So Ich seh nix Buchlas Was Was ist Was ist Was ist mit Ja Was ist mit Ja Was willst du mit Ja Reden Schreiber Ich den Schreiber Was Geh Held Schreiber 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 Wacht Oh ich K Wir Na Schreiber Ah sir Jak Oh Gott, wo war denn das jetzt? Äh, was cool ist, dass der Schaman jetzt hier sein... sein Dorf jetzt hier hat. Da drüben sind welche. Hier wurden Dings gebaut, eine Brücke. Und was haben wir noch? Hier haben wir Schmuck vom Schaman. Das ist cool. Ich hab ja gesagt, wir müssen eigene Häuser bauen und so. Ich hab ja wieder Austrast, so Riesen-Türme und so was bauen. Und das ist ganz cool. Die sammeln für mich auch. Vielleicht mit denen sprechen. Jo, Dankeschön. Was haben wir hier? Immer wenn ich Bestienmeister lese, dann lese ich zuerst automatisch Bademeister. Hm. Warum? Warum? Warum will ich denn hier klettern? Ich glaub, das ist cool, dass sie sich immer hier mehr verbreiten und so, das ist echt cool. Zwei Hirsch heute. Für Stylers Hütte brauchen wir noch. Also. Wir brauchen zwei Hirsch heute. Hier schaut. Ja, mal gucken. Was ist eigentlich unser Hund? Ähm. Ähm. Was ist eigentlich zentrieren? Filter. Filter. Wo ist unser Hund? Warte mal. Ja. 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 Da drüben. Haben wir ihn wieder, ne? Gut. Ähm, ich bin auf der Suche nach Hirschen. Ja. Hirschen. Achso, ich hab alles weggemacht. Wo gibt's Hirsche? Sind das? Ne, das sind... Doch, wo bin ich? Okay, einfach mal gerade auslaufen. Beobachten. Zwei Hirsche heute brauchen wir. Ähm. Ähm. Sind das Hirsche? Nee, da ist nix. So viele habe ich hier nicht umgebracht, dass sie jetzt weg wären. Das waren nicht viele. Was bist denn du? Pinkelst du oder was? Ja. Da unten. Sag mal, wo möchtest du denn da rum, Mia? So bleib mal hier. Ich geh mal nach unten Richtung. Wie die Augen sich bewegen. Als würden die rausfallen. Blub. Halten sich die Hirsche hier immer auf? Oder nur in bestimmten Tageszeiten? Da drüben ist ein Wildster, aber das sehe ich ja von hier. Ja. Da drüben ist. Da drüben ist er dran. Erstmal kriegst du eine Belohnung und ich habe meine Belohnung hier. Geil. Das freut mich. Das freut mich. Wir sind dein Team. Jetzt brauchen wir noch eins und dann reisen wir nach Hause. Du bleibst erstmal hier. Kannst erstmal eine See kacken und so. Hier oben ist jetzt Hirsche geblieben. Richtig? Das freut mich. Na ja, wir gehen mal ein bisschen zurück. Ach, Siegel. Das freut mich. Nee. Das tut ihm, oder? Das tut ihm, oder? Wir kommen hinterher und sehen, was passiert. Ja, die steht jetzt. Da vorne. Da vorne. Ja. Ja. Schuss. oh man ist doch noch ein hirsch find aber keinen ja 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 Es geht aber bestimmt nicht. Muss schon Hirsch sein. Die Rechte haben wir hier. Ja, nehm. Endlich Und wir machen eine Stellreise nach Hause und helfen ihr beim... Ach, das habe ich eben schon mal gelesen. Ich glaube aber, die Beste kommt... Mein Wolf kommt langsam mit... Heimwerker, mal gucken, was da steht. Einfach mal so aus Interesse. Einfach nur mal gucken, was da steht. Genau. Belohnung, Mission für Seiler, die Sammlerinnen, Sammlerfähigkeiten, Fährten... Tarnung, Feuerfest und Nahrungsrezepte für Geschwindigkeitsbooster. Du findest jeden Tag kostenlos Gegenstand in deinem Benötungslager 1500 XP. So, jetzt haben wir zwölf Menschen. Oh, was gibt's jetzt? Wenn im Hunger es hier gibt. Was will ich denn hier immer klettern? Warum sollte ich das tun? Schön. Wo ist'n die jetzt? Tarkars Höhle. Meine Höhle? Fähigkeiten, Fähigkeiten... Uiuiuiui. Vor zwölf Stunden spielen, aber... Das mach' ich bei mir später. Das ist nicht so wichtig. Dann mach' ich bei ihr Häuten. Finden beim Häuten der meisten Tiere plus zwei Fleisch. Dann kann sie... Rohstoffentdeckung, Holzstücke, Steine und andere Dorfrohstoffe werden auf deiner Mini-Karte angezeigt. Mach' mal später. Und das könnt' du findest beim Sammeln bei Holzstücke, Steine, Schilfton und Steinstaub. So. Und dann könnt' du... Ich mach' das mal, dass die ersten Dinge nicht fertig sind. Und das ist beim Schaman... Ach, zwei Punkte haben wir. Ach, das kostet zwei. Naja gut, aber egal. Ich lese das nochmal. Ach, das hat eins. Okay, entweder ich mach'... ... ... ...